Norddeutscher Rundfunk 2021 Was wollt ihr, Bauern? Herr und Preise, neue Regierung. Das ist Schafflohn. Genau, die Ampel muss weg. Für was blockiert ihr heute? Eine faire Behandlung durch unseren Handel. Gegen die Billigpreise. Eine ordentliche Zukunft. Unsere Zukunft. Gegen die Verbotspolitik. Gegen Regen, wo Leute erfunden haben, die keinen Sachverstand haben. Jawohl. Das werden die Vorheizsagen, gell? Drei, zwei, eins, Gemeinschaft und Geschäfte! Drei, zwei, drei, eins, Gemeinschaft und Geschäfte! Und das wollen Sie nicht den ganzen Scheiß, der sonst nicht mehr gezeigt wird in den Sexmedien. Deswegen sind wir hier. Wir wollen ein Zeichen setzen. Es geht auch um unsere Zukunft. Und das ist alles noch friedlich. Wir können auch anders. Wenn die Leute erst mal nichts mehr zu presse holen, dann wird's eng. Wo ist es? Und wer produziert das hier? Das ist ja alles. Die ganze Wirtschaft geht von Arsch. Krankenhäuser werden abgeschafft. Überall ist Geld offen. Überall in der ganzen Welt. Aber nicht für uns hier im Eichstenland. Das ist doch keine was dagegen, wenn man was spendet. Aber erst muss man die eigene Wirtschaft laufen, die Infrastruktur. Das ist nur Vordergründe. Alles andere kann man immer helfen. Jetzt geht es bereit zu helfen. Und zuerst mal die eigene Leucht. Richtig. Und nach wir schaffen, das fressen wir sie. Alles geht kaputt. Die Automobilindustrie. Alles. Das muss doch jedem klar sein. Das hat auch nichts mit Nazi und nichts mit Recht zu tun. Das ist einfach gerade aus normales, gesundes Denken. Wirtschaftliches Denken. Genau. Und jeder, der mit den Händen schafft, weiß, was es halt. Und unsere Rentner mit den Flaschesammlern gehen. Wo gibt es denn sowas? Richtig. Ja. Wir müssen doch fertig vor. Ihr habt es nicht mehr gehört. Jeder ist ein Nazi. Jeder ist ein. Rechte. Was ist ein Recht? Was ist eine Nazi? Die gibt es doch heute hier nicht mehr. Nur weil wir jedes Mal seine Meinung und die Wahrheit sehen. Oder wo brauchen wir dann ganz schnelles Wert? Richtig. Ja. 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 Das ist wichtig, dass genau so was gezeigt wird. Das ist wichtig, dass genau so was gezeigt wird. Das ist wichtig, dass genau so was gezeigt wird. Genau. W.E.F. Haben wir nichts zu sagen. Ja. Immer schön im Amsterrad. Lauf, lauf, lauf. Ja. Es ist keinemagnacht, giant Chris. Ja. Ja. Alex Mann. flatando. Untertitelung des ZDF, 2020